Also wir waren schon mehrmals auf Mallorca und wir sind hier zum 5. Mal oder so und gehen immer zum Strand und genießen das Wetter. Also die Ambiente hier ist sehr nett. Man hört auch nicht so viel vom Ballermann, wir sind ja hier in der Ballermann-Ecke. Aber allgemein ist die Ambiente hier sehr nett und die Hotels auch super. Die Preise sind schon stark gestiegen und es ist auch nicht günstig, aber der Preis lohnt sich auf jeden Fall. Also das Wetter genießen, hier sind momentan 32 Grad und am Strand liegen und Sonnen.